So, hallo in alle zur nächsten Folge von League of Legends und heute spiele ich Pantheon auf der Top. Ich habe gehört, dass ich ihn ziemlich gestört seit neuestem Mal wieder. Und das ist ja mehr oder weniger auch ein Spiel, ein Champions, den ich gerne spielen, oft gespielt habe. Aber als ich die letzte Zeit nicht so wohl gefühlt habe, dachte ich, ich spiele den einfach mal wieder. Und ich habe auch einen geilsten Skin für den. Ich spiele gegen einen Gnar gerade. Und ich war mir zu sicher, welches Starting Item ich mir holen soll, weil ich habe hier nur diesen Dings, diesen, diesen, diesen Dingensen, Dingensen, dieses Potion-Teil. Ist das normal, dass ich das hole? Das kostet 500 Gold. Das haben die auch geändert. Ich poke ihn jetzt jedenfalls erstmal zu Tode, wenn es geht. Alter. Ja gut, der frisst ja schon dann verhältnismäßig viel, ne? Eieiei, also ich fange wieder an, Pantheon, na, 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 na. Gute Chancen zu geben. Ich lasse den Waffen einfach mal pushen. Und ich habe aus Versehen, den habe ich eh gerade geskillt, dabei wollte ich den W-skillen. Nar, 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 rastet gerade aus. Ja gut, wenn er in seiner Mega-Form ist, dann mache ich nicht viel. Auch ne, er kassiert viel. Destor, destor, destor. Einfach ein bisschen Last-Hit noch. Ne, kriege ich auch nicht mehr. Verdammt. Ich spiele wieder zu, zu passiv. Ich bin, wie gesagt, keine Early-Hatch. Ich sag dir, es kommt noch, es knallt noch richtig. Einfach mal Pantheon. Ah, ich gekriegt. So, ich lasse, ich lasse einfach schön gepusht hier und freeze so ein bisschen. Das mache ich öfters mit Pantheon. Der Ollen-Sau. Und farme so ein bisschen. Versuche da wieder so ein bisschen reinzukommen. Ich sag dir, wenn ich einmal auf den Nahe draus springe, hat er ein Problem. Okay. Jo, verprügelt. Der muss jetzt back, der kann nicht bleiben. Und in der Zeit, wo der back ist, hole ich mir schöne Experience und farm. Wenn ich gerade die Last jetzt nicht verfasse. Nein! 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 Jetzt aber. Ich bin zu zögerlich, was? Ich will irgendwie nicht, dass ich immer F pusht und dann... Ah! Scheiß in Dreck. Oh, stand, oh, der war hier oben. Ah, schon wieder nicht gekriegt. Ah Gott! Was ist los mit Last-Hits, Pantheon? Du kannst kritten. Man kriegt keinen Last-Hits. Ja, ich habe auch nicht mehr viel Mana. Sollte ich jetzt weggehen? Vielleicht ist es eine gute Idee, jetzt wegzugehen. Einfach Lanes gepusht. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe keine Mana und gehe weg. So. Erstes Item. Dich hier. Brauche ich irgendwas noch? Nö. Dann, dann, dann. Dann, dann. Ich warte mal kurz auf Mana, weil die hätte ich gerne schon noch voll. Na, ist oben clear die Wave. Na, hat kein Teleport mehr. Also, das ist ganz gut. Und, äh, oh, das sieht sogar ganz gut aus für uns hier. Die machen das schon. Ich spiele übrigens das erste Mal Thunderlord als Mastery. Wollte ich mal austesten. Äh, ich habe vorher noch nie Thunderlord benutzt. Weil ich nicht so oft gespielt habe. Und wenn dann AD Carry oder AP mit, dann für AP nimmt man mit, sind da eigentlich kein Thunderlord. Jungle, ja. Ja. Dafür flasche ich auch gerne mal. So. Der Pot ist echt teuer. 500 Gold. Ich weiß genau, ob sich das überhaupt lohnt. Lohnt sich das mit dem Pot? Das wird mir hervorgeschlagen. Deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Das war fun, weil ich sonst auch mal die Flasche geholt hatte. Dim, 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 dim. Ich ärgere den jetzt hier. Er hat aber keinen Bock mehr auf die Lane zu kommen. Hoffe ich. Ich habe ja schon mal vorher ein paar lustige Pantheon-Plays gemacht mit, keine Ahnung, war da auch ein Nahr auf der Lane? Ich weiß gerade nicht mehr. Irgendwann habe ich mal ein Game aufgenommen, wo ich einen so richtig aus der Lane raus gemobbt hatte. Das ist ja nicht, ich mag Pantheon. Pantheon ist geil. Spartaner Bass zu mir. Also vom Spielstil her. Das Schild ist cool. Und Pantheon, äh, Pantheon passt zu mir, weil es berechenbar. Also ich kann es vom Pantheon irgendwie ziemlich gut einschätzen, was er machen kann, aber es nicht. Der will nicht mehr. Gleich jedenfalls. Noch will er. Meine Pods gehen jetzt auch mal drunter. Verdammt. Ja, gleich kommt noch das. Ulti, multi. Der ist so ein Ulti-Multi. Oh Gott. Gut, jetzt habe ich aber alles gekriegt. Jetzt habe ich alles ins Gesicht gekriegt. How unfortunate. Ich kann nicht jetzt hier Dinge machen. Und, äh, zur Top-Lane mischborden. Ich borde mich zu meinem Board. Und hoffe, dass ich den, ähm, erwische. Eins und go. Oh yeah. Oh yeah. Das hat er nicht gesehen. Der hat doch gerade gewordet. Hallo, Alter. Der Suho. Ja, gut. Ah, warte, mich hätte ich es gehen sollen. Ja, passiert halt. Ich kriege mich einfach beide. Na gut, ich hätte aber ulten können. Das fällt mir gerade so ein. Schadimm. Hätte ich auch mal einen können. Hm. Hm. Ja, dann kommt der knapp weg. Na, dann ist doch ein Teleport. Hm. Hm. Muha, ha, ha, ha. Na, komm schon, lass mich hier weggehen. Ich freu mich hier weg. Ha, 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 ha. Höhö. Darauf habe ich gewartet, ey. Ganz ehrlich. Darauf habe ich gewartet. Ich mag Pantel. Das alte Luder. Pantheon rasiert. Jetzt habe ich schon das Ghostblade. Jetzt habe ich schon das Ghostblade. Und als nächstes müsste ich hier... Warte, das hier. Nee, das hole ich mir nicht. Ich hole mir, ähm... Erstmal gar nichts. Ich hole mir ein Ghostblade auf der 1. Und Potsum auf 2. Und als nächstes hier... Warte, machen wir nicht das neue AD-Item? All Items. Gibt es denn nicht hier das neue hier? Den da. Das, das Teil. Oder ist das hier wieder... Spritzt das hier? Nee, glaube ich. Ein Armor Pen habe ich jetzt hier komplett einmal. Das macht ihm jetzt keinen Spaß mehr, glaube ich. Ah, ich stehe voll in der Creep-Ave. Jetzt ist es auch gefährlich, wegen... So, das E-Skill. Da flattere ich ihn auch noch. Den habe ich gesehen. Oh, da kommt ein Mastery. Da ist er öffnisch. Äh, da komme ich nicht mehr ran. Schade. Ich mache es nicht mehr ohne Flash. Ah, ich hatte hier Ghostblade. Ich finde es ungewohnt. Ich spiele nicht auf dem Ghostblade. Das ist das Problem. Ich spiele nicht auf dem Ghostblade. Stimmt aber echt. Ich spiele echt nicht auf dem Ghostblade. Ich vergesse das immer. Blade of the Ring King. Gewöhnne ich mich mittlerweile dran. Aber Ghostblade. Vergiss ich jedes Mal. Joa, es sieht halt ein... Sieht dann nach einem sehr stompigen Spiel aus. Aber lass es nicht. Probier gleich nochmal ein Game of Pantheon oder so. Und das werde ich dann auch nehmen. Mal gucken, ob das ebenfalls ausfällt. Weil dann weiß ich, was ich zukünftig üben soll. Oder... Ich weiß noch, ob es sich jetzt lohnt, Drinks zu machen. Ich wollte euch noch warten mit Drinks. Und so. Ja, je weniger ich von meiner Elo weiß, desto besser. Mote eh ein bisschen runtergerankt. Und da ich gerade mit Klau so in Phase bin, ist das blöd, wenn ich mich jetzt hier nicht davon runtermachen lasse, wie der hieß. Lose, lose, lose. Und dann, ähm... Zu viel zock. Weil die Zeit hab ich nicht. Oh, komm, ernsthaft, die pushen mit jetzt? Oh, das ist langweilig. Hey, Leute. Game. Game. Ich würde ja gerade extra nicht mit pushen. Komm schon, ein bisschen Fun noch. Lassen wir meinen Spaß. Ich mach gerade so Spaß. Ich will mir den Item-Build austesten hier. Geht er da rein? Nee, geht er nicht. Doch, geht gerade schon. Oh, yeah. Beide Items. Hey, ohne Witz. Die stehen schon hier unten. Oh, jetzt geht's mal. Ich glaube, er wird das hinten. Nein, hier ist ja nichts. Da fahren wir wieder rein. Wir brauchen wahrscheinlich gleich ins Gewicht. Oh, der Speer. Okay, der Speer, der war... Speerige Angelegenheit. Alter! Oh, ich wollte noch jumpen. Fuck. Ich hab zu früh das E gemacht. Ich wollte schon E-Loft E drücken. Machst du mal nur den Prinkwort. Da hab ich gerade einen Twitch gesehen. Ja, gut. Das war jetzt. Alle drauf. Aber Alter, ich bin schon 11 gewesen. Gleich 12. Holy moly. Kann ich hier das Item jetzt? Boah, ich hab das Item. Yes. Den da. Ja, aber so ein Movement Speed. Wenn ich dann ankomme. Kauki will sich den holen. Ey, was ist denn das für ein fettere... Achso, ist der Skin von dem? Das sieht doch irgendwie so ein Booster aus. Da fuck? Ist der reworked worden? Ist der reworked worden? Ne, ach nee, der ist so. Meiner. Ich wollte schon wieder die W-Skillen fast automatisch. Ich müsste hier noch den Cooldown drauf haben, gell? Also, dass der... ...noch triggerbar ist. Sonst würde das ja runterlaufen. Ey, damit kriege ich alles kurz fast. Hat er einen Bluebuff geholt? Ne, hat er nicht. Bluebuff ja nix gewesen. Letztes mal ein Wort hier im Jungle. Oh, ich wollte grad'n Speer werfen. Macht ja schon Spaß so, ne? Brauch ich gar nicht mal E machen. Oh, der Speer. Komm schon Diana, spring auf mich. Ich will aber gar nicht flashen gerade. Ich krieg ja schon ziemlich aufs Maul trotz allem noch. Da war schon ein Kill noch. Oh, der platzt einfach nur. Leute, komm, letzter Schlag. Ah, nicht gekriegt. Egal. Trotzdem, äh, Stompig ist game. Mal gucken, was das nochmal so passiert. Ich mach mal so ein Game. Also, bis zum nächsten Mal. Das kann ich mal schießen.